Im Stahlwerk-Doppelpass packt Uli Hoeneß mal wieder die Abteilung Attacke aus. Der Ehrenpräsident des FC Bayern präsentiert sich gewohnt angriffslustig und streitbar. Also, dass Bayern deutscher Meister wird, das ist für mich hundertprozentig sicher. Und alles, was dahinter kommt, ist mir egal. Hoeneß kommt so richtig auf Touren, als es um die Nachbetrachtung der WM in Katar geht. Wenn wir dorthin fahren, dann kümmern wir uns darum, dass über die Menschenrechte diskutiert wird, aber dass das nicht das Zentrum dieser WM ist. Schauen Sie mal, was in Argentinien los war, was in Marokko los war. Die sind auch für die Menschenrechte, aber die haben gesagt, während diesen vier Wochen muss der Fußball in das Zentrum unserer Interessen. Und das ist bei uns überhaupt nicht vorgekommen. Eine Viertelstunde vor dem ersten Spiel der WM, Katar gegen Ecuador, wurden im ZDF noch über die Menschenrechte diskutiert. Eine Viertelstunde. Und die Eröffnungsfeier der WM wurde gar nicht übertragen. Die größten Werbeträger in dieser Zeit waren Saudi-Arabien und Emirates vielleicht. Das Geld von denen nimmt man. Aber sonst würde man mit ihnen nichts zu tun haben. Wir Deutschen, wir glauben, wir können allein die Welt verändern. Und das ist eben das Problem. Unsere Innenministerin, die sich da mit dieser albernen Binde, in diesem Fall war es albern, sich neben den Infantino hinzusitzen, da hat sie sich ja nur lächerlich gemacht. Auch der Umgang mit dem Skiunfall und der daraus resultierenden Verletzung von Manuel Neuer stört Hoeneß gewaltig. Ja, dass Manuel da einen Fehler gemacht hat, das weiß er wahrscheinlich selbst. Schon, aber der FC Bayern hat sich sehr, sehr moderat bisher geäußert. Das wird auch hoffentlich so bleiben. Denn ich glaube, man darf trotz allem nicht vergessen, was dieser Mann für den FC Bayern geleistet hat. Und wenn ich heute schon irgendwo lese, dass jetzt darüber nachgedacht werden muss, ob er nicht die 8 Millionen, die der Jan Sommer kostet, ob er die an den FC Bayern... Irgendwo war die Bild am Sonntag, in seinem Bild hier. Dann sieht man hier, dass in diesem Blatt scheinbar den Leuten so lange im Hintern gekrochen wird, solange man sie braucht. Und wenn sie am Boden liegen, wird draufgetreten. Und das wird es beim FC Bayern nicht geben. Das ist jetzt keine Medienmeinung. Es ist schon sehr im Klub auch ein großes Thema, wie Sie wahrscheinlich auch wissen. Aber wir wissen ja, dass Sie gerne Ihre Meinung so ein bisschen verbrämt als die offizielle des FC Bayern. Hast du das gesagt? Ich habe es schon gesagt. Ja, aber ich kenne seine auch, denn ich rede auch regelmäßig mit ihm wahrscheinlich öfters als Sie. Und ich bin ziemlich sicher, dass dieses Thema ganz behutsam in aller Ruhe angegangen wird. Und ich finde es unmöglich, gerade drei Tage nach der Verpflichtung von Jan Sommer jetzt solche Themen zu diskutieren. Außerdem überrascht der ehemalige Bayern-Macher mit einer Transfer-Enthüllung um Mario Götze. Wir hatten vor ein, zwei Jahren, als Hansi Flick noch bei uns Trainer war, auch mal darüber nachgedacht, ihn zurückzuholen. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Dass Mario ein überragender Spieler sein kann, das wissen wir. Und der hat jetzt in Eindhoven und auch jetzt sich nochmal gezeigt, dass er da nicht viel verlernt hat. Dass im Sommer Harry Kane verpflichtet wird, hält Hoeneß für unrealistisch. Ich weiß, dass Manchester City letztes Jahr, glaube ich, bei 140 oder 150 Millionen ausgestiegen ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Beträge sind, die der FC Bayern bezahlen will und möglicherweise auch bezahlen kann. Klare Kante von Uli Hoeneß. Der Vorreiter der Abteilung Attacke bleibt streitbar. Und wo sind Sie?